Hi, hier ist Lars von All About Samsung und heute gibt es von mir die versprochene Review vom Galaxy Note Flip Cover ist zwar inzwischen ein bisschen witzlos weil die Dinger inzwischen gratis verschickt wurden, ich wollte die Review schon ziemlich lange machen, nur ich habe es regulär bestellt und noch da ist es nicht früher gekommen. Das Flip Cover ist eigentlich eine super Sache, ich wünschte mir es wäre früher gekommen es hat ein paar Vorteile zum einen natürlich die Display ist geschützt hier, ihr habt ja noch so ein schönes Mikrofaser das heißt, wenn ihr hier das Nosentasch habt und dabei bewegt sich das automatisch habt ihr danach ein sauberer Display außerdem ist der Vorteil dass es hier ein bisschen höher ist also wenn ich hier jetzt mal ein normales Note nehmen halte, ohne Flip Cover, dann sieht man dass die Kamera nicht so tief liegt also hier liegt die ziemlich flach, da merkt man auch keine, da merkt man sogar eine ganz leichte Erhebung, hier liegt die ein bisschen tiefer und ich wünschte mir wirklich, dass Flip Cover wäre ein bisschen früher da gewesen, weil jetzt sind hier natürlich ganz leichte Kratzer auf dem Glas naja, kann man jetzt nicht mehr ändern es ist ein bisschen spät jetzt, aber gut ab jetzt ist sie wenigstens geschützt ansonsten, was ändert sich durch das Flip Cover? das Galaxy Note wird auf jeden Fall insgesamt wenn man sich das so anguckt ein bisschen dicker da kommen auf jeden Fall schon ein paar Millimeter extra drauf außerdem, wenn man sich das ganz genau anguckt wie das Flip Cover letztendlich funktioniert hier vorne geht dieses Leder oder was auch immer das ist rein und dann ist es hier minimal dicker als hier es ist hier so ein bisschen schräg eigentlich da passt das rein und dann könnt ihr das ganz normal benutzen es ist halt hier was ist das? ich weiß es nicht das ist dieses Leder oder so es ist ein bisschen labbrig aber nicht so, dass es unangenehm ist ihr könnt damit auch telefonieren also wenn ihr angerufen werdet, müsst ihr kurz annehmen und dann einfach euch das so ans Ohr halten das funktioniert, das ist gar kein Problem es ist natürlich eine gewisse Umgewöhnung weil erstens muss man jedes Mal immer vorher aufklappen bevor man irgendwas macht und wenn man es bedient und was länger bedienen will dann hat man es die ganze Zeit so das heißt man hat hier hinten auch noch so ein bisschen extra was es nicht wirklich unangenehm macht also es hat schon irgendwie was man muss es halt überlegen also ich kenne einige, die haben das Flip Cover auch sich bestellt bei Samsung und benutzen es nicht ich inzwischen bin davon relativ angetan zum einen sieht es ganz gut aus schützt vor allem das Display und es hat irgendwie was wenn man das so aufklappt dann den S-Pen rausnimmt und das Galaxy Note irgendwie benutzt wie ein Notizblock macht irgendwie was her und in der Hosentasche macht das so ganz ohnehin keinen Unterschied ich bin der Lars von Honorabot Samsung und wir lesen uns wieder im Blog Ciao Ciao Ämä V- having Eine G- H- S- How